Um 9 Uhr, ja, ich bin ja dafür. Ich bin ja dafür. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zum Start der Veranstaltungsreihe Wachstum, wohin? eine kritische Sicht auf das Wirtschaftswachstum begrüßen. Der Titel des heutigen Vortrags, Sie wissen es ja aus den Aussendungen, ich sage es trotzdem, lautet Wirtschaftswachstum in der Kritik, Einführung in eine komplexe und wichtige Debatte. Erlauben Sie mir an der Stelle vielleicht zwei, drei Anmerkungen in eigener Sache. Von Zeit zu Zeit mache ich das ganz gerne. Die VHS Linz bzw. der Wissensturm verstehen sich ja als Ort, der auf dem Hintergrund einer sehr, sehr breiten inhaltlichen Fülle, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und Problem in der Kommunikation nach außen gleichermaßen, als Ort, der sich besonders auch profiliert in einigen Bereichen. Ein Bereich ist, dass wir uns als Wissenszentrum sehen, also den Anspruch haben für möglichst viele Bevölkerungsgruppen, vereinfacht gesagt, möglichst einfache und umfassende Wissenszugänge aufzumachen. Wir sind seit vielen Jahren österreichweit führend im Bereich der Grundbildung, im Bereich Alphabetisierungskurse, Grundbildungsangebote. Wir verstehen uns als Ort und das ist uns auch sehr wichtig, wo interkulturelle Begegnung und Integration stattfindet und gefördert wird. Ich verweise hier nur auf die breiten Sprachangebote, auf das Lernzentrum und vieles, vieles mehr. Und zuletzt, wahrscheinlich seit 1947, weil 1947 ist die VS gegründet worden, verstehen wir uns auch als Ort mit dem traditionellen Begriff, nenne ich das, der politischen Bildung. Und in den letzten Jahren, besonders in den letzten Jahren, ich würde sagen, seit Eröffnung des Wissensdurms, circa 2007, haben wir in diesem Jahr auch breiten Bereich der politischen Bildung immer stärker auf die Bereiche Geschichte, historisch-politische Bildung und Wirtschaft, Ökonomie, Politik fokussiert und sind dabei, wie ich meine, auch recht erfolgreich gewesen. Wenn ich in den Saal sehe, er ist voll. Auch das ist wieder ein Zeichen, dass wir, glaube ich, hier sehr gut unterwegs sind, weil sich bei Wirtschaftsthemen ja nicht immer unbedingt um Massenthemen handelt. Die heutige Veranstaltung findet wieder einmal, das ist sehr oft bei uns der Fall, in Kooperation mit anderen Einrichtungen statt und meine wahrscheinlich wichtigste Aufgabe heute Abend ist es, mich bei den Kooperationspartnern zu bedanken. Das ist insofern angenehm, weil ich es mit einer persönlichen Begrüßung dann auch gleich verbinden kann. Ich darf mich daher zuerst beim Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien herzlich für die Zusammenarbeit bedanken und an dieser Stelle hat es schon Platz genommen und wird heute ja Referent sein, mich bei Universitätsprofessor Dr. Ulrich Brand aus Wien bedanken und ihn herzlich begrüßen. Mein zweiter Dank, und es ist ein besonderer Dank, gilt der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die Arbeiterkammer ist ja auch, ich erwähne es immer wieder einmal, zweiter Träger der Volkshochschule. Sie ist auch Träger der Medienwerkstatt, die hier im Haus arbeitet und beweist allein dadurch ihr großes Engagement, ich könnte noch viele andere Dinge aufzählen, für Bildung und Anliegen der Bildung und sie ist für uns natürlich auch auf der konkreten Veranstaltungsebene so wie heute und besonders bei Themen, wo es um Ökonomie, um Wirtschaft und Politik geht, ein ganz wichtiger Kooperationspartner und ich möchte mich daher bei der Arbeiterkammer für die neuerliche Zusammenarbeit bedanken und das kann ich jetzt auch mit zwei Begrüßungen verbinden. Ich darf den Direktor der Arbeiterkammer Oberösterreich, Kollegen Josef Moser und seinen Stellvertreter Franz Molterer herzlich hier begrüßen. Ich weiß, es war eine AK-Wahl, aber vielleicht könnt ihr den Dank auch an den Präsidenten Kallio weiterleiten. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein offenes Ohr hat in der Situation, aber vielleicht passt es ja gerade deswegen. Kollege Moser wird jetzt dann auch die Veranstaltung so wie am Folder angekündigt eröffnen und ich nehme an, auch einige inhaltlichen Anmerkungen machen. Ich habe eine letzte Begrüßung und Vorstellung noch offen. Sie hat auch schon Platz genommen am Podium. Ich darf Ihnen die Moderatorin des heutigen Abends, Frau Mag. Judith Vorbach, vorstellen und Sie herzlich begrüßen. Kollegin Vorbach ist Mitarbeiterin, ich glaube in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer, sage ich das richtig. Und damit kommt auch zum Ausdruck, dass die Kooperation nicht nur ideell finanziell, sondern auch personell stattfindet und daher eine besondere Qualität hat. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für den Besuch. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend und danke auch für die kurze Aufmerksamkeit. Damit darf ich den Direktor um seine Eröffnung bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Professor Brandt. Ja, ich freue mich, dass ich heute die Eröffnung hier machen darf. Ich freue mich auch über die Kooperation mit der VHS Linz, die immer sehr interessant ist. Wir arbeiten ja immer wieder zusammen bei, vor allem auch bei gesellschaftspolitischen Themen. Wir sehen uns also in diesem Sinne nicht als Konkurrenten, sondern einfach wirklich als Kooperationspartner. Freut uns hier, dass wir immer wieder auch hier sein dürfen und diese Räumlichkeiten sozusagen für diese Debatten auch nutzen können. Ja, zum Thema Wirtschaftswachstum. Wir sind ja in den letzten Jahren mit einer Situation konfrontiert, einerseits mit steigerten Arbeitslosenzahlen und andererseits mit geringem Wirtschaftswachstum. Und eine Wachstumsrate unter zwei Prozent, das ist so eine Daumen mal Pi-Rechnung, heißt eigentlich allgemein sofort da Vorsicht, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Und damit wird im Kern offenbar ein Grundkonflikt sichtbar, nämlich Beschäftigung und Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und Umwelt auf der anderen. Und verallgemeinert könnte man sagen, soziale Ziele auf der einen Seite und Umweltziele auf der anderen Seite. Und wir haben in der Arbeiterkammer im letzten Jahr intern sogenannte Zukunftsforen abgehalten. Und Professor Brandt hat uns damit auch dort mitbegleitet. Und das Ziel war, eigentlich Wege zu finden, um genau aus dieser Gegensätzlichkeit herauszukommen. Die Debatte um Wirtschaftswachstum ist ja nicht neu. Die Berichte des Club of Rome haben ja den mit Wirtschaftswachstum verbundenen Ressourcenverbrauch schon in den 70er und 80er Jahren stark thematisiert. Und in den 80er Jahren, wenn ich das einfach auch hier in Erinnerung rufen darf, hier ist es sogar hier in Linz, etwa auf dem Gelände der heutigen, also heute nicht mehr, aber damaligen Chemie Linz, auch einmal zu Handgreiflichkeiten gekommen zwischen Umweltschützern auf der einen Seite und den Gewerkschaftern auf der anderen Seite. Und die Bilder aus der Besetzung der Heimburger A sind da auch bekannt und all das spielt genau diesen, spiegelt genau diese Gegensätzlichkeit oder diesen Grundkonflikt, wenn es diesen gibt, ja wieder. Später und bis heute wird ja irgendwie versucht, hier eine einfache Brücke oder eine vereinfachte Brücke zu schlagen. Am einfachsten damit, dass ja auch die Beseitigung bzw. Vermeidung von Umweltschäden oder die effizientere Nutzung von Ressourcen auch Arbeitsplätze schafft, sogenannte Green Jobs. Jetzt kann man sagen, naja, das sind halt einfach ganz normale Arbeitsplätze, die sind deshalb nicht unbedingt besser oder gut. Gut, stimmt auch, es gibt auch viele, viel Arbeit, die hier entstanden ist, die eben auch schlecht bezahlt sind, die gesundheitsbelastend sind, monoton sind, aber es hat natürlich auch hier andere gegeben, die interessant sind, herausfordernd sind und qualitativ hochwertig sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Grundfrage hat man damit nicht gelöst, nämlich die Frage, brauchen wir stetiges Wachstum, um unseren Wohlstand und unsere Sozialstandards zu sichern? Und gibt es dieses Wachstum praktisch unbegrenzt? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist jetzt, jene nach der Verteilung des Wohlstandes, die nun immer sichtbarer wird auch. Einerseits auch global. Denken Sie nur daran, es gibt jetzt neue, große Volkswirtschaften, die sich entwickeln, sogenannte Schwellenländer mit einem sehr großen Potenzial, denken Sie an China. Und wenn dort das gleiche Produktionsniveau herrscht wie bei uns, das gleiche Wohlstandsniveau, das gleiche Konsumniveau, wie in den reichen Ländern, wenn das erreicht werden soll, was heißt denn das? Und wie soll denn das gehen? Aber heißt das dann, dass nur die Industrieländer die Ressourcen in dem bisherigen Ausmaß verbrauchen dürfen? Und was ist, wenn auch in den Industrieländern die begrenzten Ressourcen immer ungleicher verteilt, genutzt werden können? Dabei geht es einfach auch um sehr zentrale Fragen. Fragen wie Nahrungsmittel. Wer kann sich welche leisten? Wohnraum. Energieressourcen. Mobilität. Eine ganz wichtige Frage. Wer mobil ist, hat Zugang zu bestimmten interessanten Arbeitsmöglichkeiten, sage ich einmal. Die derzeitige Pendlerdebatte weist darauf eigentlich sehr genau schon hin. Wer kann sich in Zukunft auch Mobilität leisten? Industrieressourcen, klarerweise. Industrieproduktion sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt. Stichwort CO2-Abgabe. Zugang zu Wasser. Wasserverbrauch. Gibt es so etwas wie in Zukunft Energiearmut? Und wenn dann die Frage gestellt wird, Gürtel enger schnallen, dann muss man eben auch die Frage stellen, wer muss die Gürtel enger schnallen? Gibt es bei langsamerem Wachstum genug Arbeit oder muss man auch über die Verteilung von Arbeit reden? Ich habe ja schon gesagt, unter zwei Prozent entsteht immer wiederum auch Arbeitslosigkeit. Das sind nur ein paar Grundgedanken, die ich hier heute ansprechen kann. Wir werden in dieser Vortragsreihe diese Kernfragen näher beleuchten. Und heute ist eben Ulrich Brandt aus Wien bei uns. Und es wird dann noch darauf eingegangen, welche Schwerpunkte Sie heute setzen werden. Es geht im Wesentlichen um den Krisenbegriff auch, aber auch um die Fragestellung, welches System dahinter steckt, die zu diesen verschiedenen Krisen führt. Ich möchte vielleicht noch kurz zitieren. Das nächste Mal wird hier sein Norbert Reuter und er wird der Frage nachgehen, wie denn Wohlstand gemessen wird, welche Ort von Wohlstand auch gemessen wird, welche Methoden und wie das mit Wachstum zusammenhängt. Friederike Spieker wird dann auf die unterschiedlichen Wirtschaftstheorien eingehen, welche Annahmen hier in den Theorien dahinter stecken. Das ist sicherlich auch eine wichtige Frage, denn letzten Endes werden daraus ja immer wiederum auch versucht, so Lösungswege abzuleiten. Und zuletzt wird auch noch Bettina Urbanek auf ein spezielles Thema eingehen, das ich schon genannt habe, das Thema Mobilität. Mobilität, der Zusammenhang mit Wohlstand und auch Wachstum. Soweit ein kurzer Abriss auch darauf, was Sie in dieser Reihe noch erwarten wird. Und ich denke, es werden interessante Abende, die uns neue Gedanken und Sichtweisen hoffentlich eröffnen sollen. Welchen Fortschritt wollen wir? Das ist die Kernfrage. Und die Antwort kann meiner Meinung nach nur sein, wir brauchen einen ökologischen und einen sozialen Fortschritt. Und in diesem Sinne noch einmal ein herzliches Willkommen und einen interessanten Abend. Dankeschön. Danke, Direktor Moser, für deine spannende Eröffnungsrede, in der viele Fragen gestellt wurden. Professor Ulrich Brand ist bestens qualifiziert, uns diese Fragen zu beantworten, vielleicht noch einige Fragen hinzuzufügen. Er hat sich sowohl mit Betriebswirtschaft, mit Volkswirtschaft und mit Politikwissenschaften auseinandergesetzt, hat in seinen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder dann das Thema Ökologie ins Spiel gebracht und vor allem auch aus einer internationalen Perspektive. Dieser internationale globale Zugang ist bei Professor Brand aber nicht nur theoretisch. Er hatte Studienaufenthalte und Lehraufträge, sowohl in Deutschland wie auch in den USA, in Kanada und auch in Mexiko. Ein besonderes Anliegen ist eben die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität, in der er Mitglied ist. Und zurzeit ist er Professor für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Und ich würde sagen, wir warten nicht mehr länger, wir bitten ihn gleich um seinen Vortrag und haben dann nachher noch Zeit für weitere Fragen und Diskussionsbeiträge. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein, dass dieses Thema wichtig ist. Darauf hat uns Kollege Moser gerade nochmal innerlich hingewiesen. Dass Sie hier sind, zeigt auch, dass es offensichtlich großes Interesse gibt. Und als Harald Wildfellner mich hier von der Volkshochschule vor einem Dreivierteljahr ansprach, ob ich das in Kooperation mit dem Institut der Politikwissenschaft machen möchte, habe ich sehr freudig zugesagt, weil ich, wie Judith Vorbach schon sagte, Mitglied der Enquete-Kommission war, die ihre Arbeit beendet hat, die aber ein bisschen die Brille ist, durch die ich heute Sie durch meinen Vortrag und damit durch das Thema führen möchte. Also herzlichen Dank nochmal an die Volkshochschule, an die Kollegen Moser, Molterer, Kalljauer von der Arbeiterkammer, die Kollegen Vorbach, Tschoka und Schmidt, die ja auch hier moderieren werden. Ich freue mich, wir hatten dieses Projekt hier mit der Arbeiterkammer Oberösterreich. Wir haben, das ist auch ein Ergebnis unserer Kooperation gewesen vor drei Jahren, dann ein Forschungsprojekt eingereicht beim Klima- und Energiefonds Österreichs, haben das auch genehmigt bekommen und werden jetzt oder haben am 1. März ein Forschungsprojekt gestartet, wo ja auch die Arbeiterkammer Oberösterreich im Beirat ist, zu sozialökologischem Umbau, sozialökologischer Transformation und Gewerkschaften, wo die Arbeiterkammer auch Wien, die WIDA, ProG, GPA auch dabei sind und einige Forschungsinstitute, Jörg Flecker wird bekannt sein, von Vorber lange jetzt Professor an der Universität Wien und andere. Zweiter relevanter Punkt, Sie haben schon ganz viel gesagt, warum das Thema weiter relevant ist. Ich war letzten Donnerstag in Brüssel, gab es den Auftakt, wenn man so will, den wirtschaftspolitischen Wahlkampfauftakt von Martin Schulz für die europäische Sozialdemokratie, er möchte ja auch Kommissionspräsident werden. Joseph Stieglitz war auch da und da ging es ganz stark um Ungleichheit. Das war das Thema der Tagung und die Antwort von Schulz in einem großen, ich würde mal schon sagen, wirtschaftspolitischen Grundsatzreferat war, richtigerweise Verteilung. Aber sonst kam da nicht viel. Ökologiefragen haben, was für einen, ich finde, deutschen Kandidaten, wo ja das Thema so präsent ist wie in Österreich, überhaupt keine Rolle gespielt. So wichtig es ist, dass er sich als Sozialdemokrat sozusagen gegen eine neoliberale Politik wendet, das hat er sehr stark gemacht und eben gegen Ungleichheit, hat er aber das, was aus meiner Sicht der Drive, das Interessante in der Wachstumsdebatte und auch in der wachstumskritischen Debatte ist, bislang unterschätzt. Das wird noch, wenn er Kommissionspräsident ist, da bin ich überzeugt, aber ich möchte das auch noch mal betonen, um hier die Relevanz klarzumachen. So, ich möchte Sie in so 45 bis 50 Minuten nun in eine wirklich komplexe Debatte einführen. Es ist eine Abendveranstaltung, ich hoffe, ich bekomme meine zentralen Argumente rüber und in eine aus meiner Sicht eben auch wichtige Debatte. Ganz kurz noch mal, was ist Wirtschaftswachstum, was hängt an Wirtschaftswachstum? Kollege Moser hat das zentralen Punkte schon genannt. Und dann möchte ich Ihnen noch mal kurz den Hintergrund, ich möchte gar nicht so sehr auf die Arbeit eingehen, den Hintergrund der Enquete-Kommission des Bundestages Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität vorstellen. Ganz kurz aus dem Einsetzungsbeschluss zitieren, weil ich Sie sozusagen damit hoffentlich auf die Relevanz der Debatte, auch auf die politische Relevanz der Debatte bringe. Das ist ein relativ kurzer Auftakt. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen dann die Kritiken, es sind auch schon einige angesprochen worden, am Wirtschaftswachstum nennen. Deren fünf. Und wie mit der Kritik politisch umgegangen wird. Nicht so sehr wissenschaftlich, natürlich auch wissenschaftlich, aber politisch. Und möchte dann in einer Art Schlussbemerkung noch mal unterstreichen, was aus meiner Sicht die Debatte um Wirtschaftswachstum auch anregen kann, also wo sie produktiv ist. Und möchte mit einer aus meiner Sicht zentralen offenen Frage enden. Auch da hat mir Kollege Moser schon die Steilvorlage gegeben. Verkühlt, deshalb muss ich immer wieder ein bisschen zu Flüssigkeit greifen. Ja, Wirtschaftswachstum wird gemessen in, das ist sozusagen ein bisschen vereinfachte Standarddefinition, in Geld bewerteter Zunahme der produzierten Güter und Dienstleistungen pro Jahr. Das wird im Bruttoinlandsprodukt, wenn man das so ein bisschen an der Grenze noch rumrechnet, mit Import und Export, mit Bruttosozialprodukt ausgedrückt. Daran hängen, auch das ist gesagt worden, die Unternehmensgewinne, wenn investiert wird, auch die Investition, also wenn das nicht anderweitig verwendet wird. Daran hängen Erwerbseinkommen, Verteilungsspielräume. Das weiß man natürlich in Arbeiterkammerkreisen auch besonders gut, aber auch in anderen, also die Kollektivvertragsverhandlungen. Da gibt es dann den wachsenden Kuchen. Was ist denn, wenn 2% Produktivitätszuwachs ist? Was ist da mit Arbeitslosigkeit? Der berühmte Satz, ich weiß gar nicht, ob der so in Österreich präsent ist, in Deutschland sagen dann die Gewerkschafter, wir wollen einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Wir wollen beteiligt werden am wachsenden Kuchen. Die staatlichen Finanzen hängen ganz stark daran, über weitgehend in Österreich, Deutschland, über die Steuer der Erwerbstätigen, über Umsatzsteuer, aber man könnte da auch andere, da sind wir bei Verteilungsfragen, andere Steuern hochfahren. Es ist weiterhin, das sollten wir nicht unterschätzen, die Legitimation guter Politik. Wenn dann die Wachstumsprognosen oder auch die real erzielten Wachstumsraten vorgestellt werden, dann ist halt Politik gut gelaufen. Ex-Kanzler Schröder in Deutschland hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Also nicht so sehr der Input der Politik, die Legitimation, sondern was rauskommt. Da geht es auch um Wirtschaftswachstum. Und, und das ist mir ganz wichtig, auch als Rahmung für diese Reihe, hohe Wachstumsraten sind eine ganz starke positive historische Erfahrung bei den Menschen. Nämlich in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren führt mehr Wachstum zu mehr Wohlstand, ganz stark, und zu mehr Stabilisierung. China ist auch genannt worden. Und das ist heute auch die zentrale Erfahrung in den Schwellenländern, dass hohe ökonomische Wachstumsraten dazu führen, dass sich eine Mittelklasse herausbildet, dass es Menschen besser geht. Der Hintergrund der Enquete-Kommission waren aber gar nicht so sehr diese Erfahrungen, sondern die Krise. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Und ich zitiere ihn aus dem Einsetzungsbeschluss vom Herbst 2010. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Industriestaaten gibt es eine Debatte darüber, ob die Orientierung auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausreicht, um Wohlstand, Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt, die Begriffe sind alle bereits gefallen, angemessen abzubilden. Also die Gleichsetzung des BIPs, des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts, mit den ja wirklich dann für die Menschen erfahrbaren Aspekten von Wohlstand, Lebensqualität und gesellschaftlichem Fortschritt. Und da hat die Krise, das ist immer noch das offizielle Dokument, die Krise wichtige Glaubensgrundsätze oder Sätze ins Wanken gebracht. Da fällt die Stichworte, die deregulierten Märkte und der Freihandel fördern Wachstum. Das war so 20 Jahre das Dogma. Hm, gar nicht mehr so. Stichwort Finanzmärkte, die haben uns eher in die Krise geführt. Wachstum schafft Arbeitsplätze. Ganz starke Aussage. Was ist da in Zeiten von Jobless Growth? Also wenn eben Wachstum ist, was gar nicht mehr zu Arbeitsplätzen und Wohlstand führt. Und die ganze große Diskussion, grünes Wachstum, auch das ist gefallen, qualitatives, nachhaltiges Wachstum, löst das die Umweltkrise. Auch da eine große Debatte. Die Arbeiterkammer Wien hat ja eine große Studie gemacht, dass es mit den Green Jobs, die Green Jobs sind gar nicht die Good Jobs, sondern die Green Jobs sind oft die Jobs, in denen beispielsweise die Kollektivvertretung gar nicht so stark ist. Oder denken Sie an die Solarenergien aus Deutschland, die Solarindustrie, die einfach zugemacht wurde. Da gab es keine Sicherung, weil in China die zu viel schlechteren Arbeitsbedingungen, die Solarpaneele günstiger hergestellt wurden. Ganz kurz, das hat dazu geführt, dass die Enquete-Kommission konstituiert wurde. Ich mache das als Grundgedanke nur relativ knapp, weil ich auf die Inhalte, sozusagen mit den Inhalten Ihnen nachher die Wachstumsdebatte etwas nahe bringen möchte. Es gibt eine sogenannte große Enquete war das, hat gearbeitet von Jänner 2011 bis Juni 2013. 17, je nach Parteienproport, 17 Mitglieder des Bundestags, 17 Sachverständige, anfangs waren das nur Männer, hat eine große Debatte ausgelöst, ist dann etwas geändert worden. Und die fünf Arbeitsgruppen, in denen die Arbeit lief, waren, darauf gehe ich dann nachher noch kurz ein, die Frage von der Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft, die Debatte um Indikatoren, die Debatte um Umwelt und Entkopplung, da werde ich so einen Schwerpunkt drauf legen, Ordnungspolitik, darauf gehe ich gar nicht ein und Arbeit, Konsum, Lebensstile, darauf gehe ich kurz ein. Der Abschlussbericht hat 844 Seiten, ich habe Ihnen deshalb nicht mitgebracht, aber ich habe Ihnen einige USB-Sticks mitgebracht, die sich Interesse haben, nehmen Sie sich gerne, die die mal reiben, lesen wollen, aber es ist natürlich auch im Internet verfügbar und es gibt 60 Sondervoten. Die Konstellation war, eben letzte Legislaturperiode, wenn ich von Regierung spreche, war das die Unions-FTP-Regierung, nicht die aktuelle deutsche Regierung und wenn ich von Opposition spreche, dann von Rot-Rot-Grün, also nicht die aktuelle Opposition. So, jetzt steige ich ein in das Thema Wachstum und Wachstum in der Kritik. Das ist ein altes Thema, Sie haben bereits die Grenzen des Wachstums, 70er Jahre, man kann noch weiter zurückgehen. John Stuart Mill, einer der Begründer der sogenannten klassischen Nationalökonomie, hat bereits 1848 argumentiert, Wachstum wird an die Grenzen kommen. Die klassische Nationalökonomie hat jetzt den technologischen Fortschritt noch nicht so stark theoretisiert, aber es war eine starke Ausgabe von Karl Marx, kommt im ersten Band des Kapital, die berühmte Aussage, die kapitalistische Produktionsweise untergräbt die Springquellen des Reichtums, berühmtes Zitat, nämlich die Erde und die Arbeiter. Deutlich später, John Maynard Keynes hat nicht in seinem Hauptwerk seiner eigenen Theorie, sondern in einem kleinen Aufsatz an seine Urenkel geschrieben, in einem Brief an seine Urenkel, in 100 Jahren werden wir alles gelöst haben, eben aufgrund des Produktivitätsfortschritts und mit angemessener Arbeitszeit werden wir noch so 15 bis 18 Stunden pro Woche arbeiten und allen wird es gut gehen. 30 Jahre wichtig, 30 Jahre war ja auch Wirtschaftskrise und da macht Keynes diese Aussage. Also es gibt immer eine starke Verbindung zwischen historischen Wirtschaftskrisen und der Reflexion, was heißt Wachstum, Wohlstand. Das war, muss ich nur noch erwähnen, der Club of Rome Bericht, Grenzen des Wachstums von Meadows et al., der ja eine Riesendebatte ausgelöst hat. Das ist ja nicht nur der Bericht von 72 und, und das ist meine Überlegung, nicht nur meine, deshalb habe ich die Enquete-Kommission zitiert, die 2008er-Krise, die eine intensive Debatte ausgelöst hat, und der frühere französische Präsident Sarkozy hat eine Kommission eingerichtet mit zwei Ökonomien-Nobelpreisträgern, Joseph Stieglitz und Armaita Sen und einem französischen Ökonom, um mal die Indikatoren genauer anzuschauen, wie kann man eigentlich Wachstum und Wohlstand messen. Ich bin überzeugt, dass Angela Merkel sich geärgert hat, dass sie nicht die paar Millionchen aufgebracht hat, um da zwei Nobelpreisträger ein bisschen was zu bezahlen, damit die da ordentlich international auch die Debatte anregen. Aber das hat eine unglaubliche Debatte angestoßen. Das ein bisschen zum Kontext und jetzt im zweiten Teil noch mal genauer, was sind wichtige Punkte der wachstumskritischen Debatte. Und für mich ist Wachstumskritik nicht die Frage, ja oder nein, zu Wirtschaftswachstum. Das möchte ich gleich vor allem sagen. Es heißt auch nicht, wir müssen schrumpfen. Es gibt eine Debatte um Degrowth, um Postwachstum. Für mich ist sie nur ein Teil der Debatte. Es gibt auch die Debatte um qualitatives Wachstum, grünes Wachstum. Für mich heißt Wirtschaftswachstum in der Kritik, die enge Fokussierung, Hauptsache es wird gewachsen. Das kommt in die Kritik. Und dann geht eine riesige Debatte los um Degrowth, um qualitatives Wachstum, um grünes Wachstum. Und die vier, aus meiner Sicht, entscheidenden Punkte, und es ist ja nur ein Auftakt für eine Reihe, in den nächsten Wochen werden weitere Punkte entwickelt, sind aus meiner Sicht die folgenden. Ich habe es schon angedeutet, ich nenne das das gerissene Band von Wohlstand und Lebensqualität und Wachstum. Also die wichtige Erfahrung der Menschen in den 50er, 60er, 70er, 80ern und auch ein Stück weit bis heute, die aber brüchiger wird, weil eben ökonomisches Wachstum sich nicht direkt in Lebensqualität und Wohlstand äußert. Ich nenne das mal, ich gehe nachher auf die Folie nochmal zurück, kein gutes Leben für viele Menschen. Die Verteilungsfragen, auch das ist angesprochen worden, werden ein Stück weit separiert unter neoliberaler Wirtschaftspolitik. Es ist keine Erfahrung mehr für viele Menschen aufgrund der Polarisierung der Gesellschaft, dass es dann per se allen besser geht. Jobless Grows habe ich genannt, also wer kriegt da eigentlich was, sind nicht in manchen Branchen enorme Produktivitätsgewinne, die trotz Wachstumsraten Menschen arbeitslos machen. Aber auch in der Arbeit gibt es einen enormen Druck auf Erwerbsarbeit, auf die Entgrenzung, man checkt auch noch mal abends zu Hause, ob man da über das iPhone oder den Computer mitarbeiten kann und die ganze Debatte, das kennen Sie, über Burnout, über die Unsicherheit der Menschen am Arbeitsplatz. Kein gutes Leben für viele Menschen ist die ganze Diskussion, die ja nicht nur eine Wachstumsdiskussion ist, um eben ein gutes Leben, ein anderes Leben gegen dieses ich lebe, um zu arbeiten, also ich bin sozusagen nur Arbeitskraft, sondern ich arbeite auskömmlich, um gut zu leben, das muss ich im Kreisen von Arbeiterkammer, von Volkshochschule nicht besonders betonen. Kein gutes Leben für viele Menschen heißt auch gesellschaftlich, dass es eine ganz starke Orientierung am Produktivismus gibt. Sie kennen das, Geiz ist geil, kauf dich glücklich, das ist dann auf der Konsumseite, aber bei der Produktion ist die Produktion der Produktionswillen gar nicht mehr so sich verständigen, was produziert wird. Es gibt eine große Diskussion, wir haben das auch im Enquettbericht, der geplanten Obsoleszenz, das werden Sie vielleicht gehört haben, also dass in die Produkte ihr technischer Verfall eingebaut wird, dass man sie nicht reparieren kann, dass man ein neues Produkt kaufen kann. Oft ist es eben just, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist, dann geht das Produkt kaputt, wenn aber die Batterie ins Handy eingeschweißt ist und die Batterie nicht auswechselbar sind, na, dann braucht man halt ein ganz neues Handy und kann nicht nur die Batterie wechseln. Das läuft unter dem Strichwort der geplanten Obsoleszenz. Ich weiß nicht, wie die Diskussion jetzt aktuell in Österreich ist, in Deutschland gibt es da Überlegungen für Gesetzesinitiativen. Den Konsumismus habe ich genannt, ich will das nicht runter machen, für mich heißt Konsumismus nicht Konsum, sondern Konsumismus, um das eben Geiz ist geil, kauf dich glücklich, also eine Art Lebensweise, die sich ganz stark am Konsum orientiert, entsprechend natürlich mit dem Statusgewinn, aber auch mit dem, dass man Erwerbsarbeit braucht. Ich kenne das aus den Schulen, dass Kinder, die nicht so gut gekleidet sind, weil ihre Eltern nicht so viel Geld haben, sich ausgeschlossen fühlen oder minderwertig fühlen und anderes. Und dann hat die Diskussion in diesem ersten Punkt Gutes Leben ist sehr befeuert worden von zwei Gesundheitsforschern, Forscherinnen, Pickett und Wilkinson, die das Buch, ein Buch geschrieben haben, also Gesundheitsforscherinnen, die gezeigt haben mit aufwändigen Statistiken, dass die Menschen in ihrer subjektiven Befindlichkeit tendenziell glücklicher sind, wenn die Gesellschaften gleicher sind. Also wenn die Gesellschaften stark polarisieren, und das ist ja unter, ich sag mal, einem neoliberalen Wachstumstrieb ganz stark der Fall, da sind sie subjektiv eher unglücklich, sie schauen dauernd, wie geht es denn den ganz Reichen, warum geht es uns nicht so gut, und das starke Argument von Pickett und Wilkinson, werden Sie vielleicht schon gehört haben, ist eben, Gleichheit ist Glück, also große Verteilungsgerechtigkeit trägt zu mehr Wohlbefinden der Bevölkerungsmehrheit bei. Das würde ich alles unter diesen ersten Punkt subsumieren, wie gesagt, einführend in die Diskussion, das gerissene Band von Wohlstand und Wachstum. Der zweite Punkt, da kann Ihnen Norbert Reuter nächste Woche, wird auch stark über Gewerkschaften sprechen, also auch zur Indikatorenfrage, er ist in der wirtschaftspolitischen Abteilung von Verdi in Berlin, und Reuter, Keynesianer, hat, also wirtschaftspolitisch im Keynesianischen Paradigma, er hat in vielen Studien gezeigt, neben anderen, dass wir ohnehin säkular, also grundlegend abnehmende Wachstumsraten haben, also wir können, wir kommen hier gar nicht mehr auf 6% oder 5% oder 4%, das kann man zeigen, das ist in China der Fall, weil der Stock, also die Basis, viel geringer ist, und wenn das der Fall ist, also wenn wir vielleicht, auch wenn wir durch die Krise kommen, nur noch 1,5% haben, aber die Produktivität, 1,8% oder 2%, dann macht es doch Sinn, über diese enge Fokussierung auf Wirtschaftswachstum nachzudenken, ein Kollege in der Enquete-Kommission hat das immer genannt, lasst uns doch in die Richtung gehen, Change by Design, also wir brauchen eh eine Veränderung, wir müssen eh weg von der Wachstumsnadel, bevor wir Change by Disaster bekommen, weil wir nicht darauf eingestellt sind, dass die Wachstumsraten zurücknehmen, und da sind wir bereits beim dritten Punkt, Wirtschaftswachstum mit der Kritik, auch das ist bereits erwähnt worden, großer Auftakt des Club of Rome 72, nämlich die ökologische Kritik. Ich sehe nur die zwei Bilder, die ich aus dem Enquete-Bericht kopiert habe, einerseits diese berühmte Metapher von Wackernagel des ökologischen Fußabdrucks, wir mit unserem individuellen und auch kollektiven, also gesellschaftlichen Fußabdruck, machen da zu viel, und was ist denn, wenn in China ähnlich viel produziert und gelebt wird, da ist einfach nicht so viel da, und das zweite ist der berühmte Begriff der planetarischen Grenzen von Johann Röckström und anderen in einer Studie 2009 publiziert, das ist das rechte Bild, die untersucht haben, wie viel hält denn der Planet aus, und sie haben gezeigt, dass entlang von zehn Dimensionen wir bei drei Dimensionen, das sind die Roten, bereits deutlich über die Grenzen sind, also der grüne Kreis in der Mitte ist der sogenannte Umweltraum, alles wissenschaftlich durchaus umstritten, aber ich halte es für eine wichtige Metapher, man kann natürlich wissenschaftlich nicht genau sagen, da ist der Umweltraum, aber es ist schon so in diesem Bereich, und sie zeigen, dass im Bereich Klimawandel, das ist das obere rote, biologische Vielfalt, da geht richtig, bei der Erosion der biologischen Vielfalt die Post ab, da ist richtig erlört, und beim Stickstoffeintrag durch die industrialisierte Landwirtschaft, da sind wir deutlich über die Grenzen, die planetarischen Grenzen des Umweltraums, das sind die Punkte, die die Ökologie-Debatte befeuern, und jetzt möchte ich den ersten Schlenker machen in die Enquete-Kommission, wir haben dort eine Arbeitsgruppe gehabt, und das ist jetzt ein übergreifendes, also inklusive Union und FDP, Sozialdemokratie, Linkspartei und Grüne, und kommen zum Ergebnis, das möchte ich hier auch festhalten und Ihnen mitteilen, dass in dieser Diskussion kriegen wir den Ressourceneinsatz und die Emission entkoppelt vom Wirtschaftswachstum, das ist der Begriff der Entkoppelung, das spielt es nicht, ein Konsens durch alle wissenschaftlichen Positionen, durch alle Fraktionen, es reicht nicht relativ zu entkoppeln, es reicht also nicht, das Auto, das dann in Wert gemessen wird für das BIP, den Fernseher, den Computer, das Essen und damit den Wohlstand in Werten gemessen, mehr zu haben und der Input an Ressourcen und an Energie wächst nicht so stark wie der Wert, das wäre die Idee der relativen Entkoppelung, also wir haben 3000 und im nächsten Jahr 3300 Werteinheiten ein Auto oder legen Sie mich nicht auf die Zahl fest, um den Gedanken klar zu machen, aber wir haben einen weniger starken Ressourcen-Energieanstieg als den Wertanstieg und damit angenommen den Wohlstandsanstieg in der Gesellschaft. Das reicht nicht, das ist das zentrale, auch in der Öffentlichkeit stark publizierte Ergebnis, wir brauchen absolute Entkoppelung, wir brauchen absolute Reduktion, wir müssen runter, deutlich runter mit dem Ressourcenverbrauch und mit dem Energie-Input, das wissen wir, aber wir haben es nochmal wirklich mit vielen wissenschaftlichen Studien deutlich gemacht, also wir müssen die planetarischen Grenzen anerkennen und müssen auf Reduktion kommen. Das hängt unter anderem, nicht nur unter anderem damit zusammen, wir haben da eine extra Studie anfertigen lassen, die auch im Bericht abgedruckt ist, sehr spannend, mit dem sogenannten Rebound-Effekt, mit dem Abprall-Effekt. Wenn ein Auto, bleiben wir beim Auto, ein Flachbildschirm, ressourceneffizienter, energieeffizienter produziert wird, dann heißt das für das Unternehmen, es wird tendenziell billiger produziert. Das Unternehmen ist aber in einer Konkurrenzsituation und würde dann den Preis senken oder senkt de facto den Preis, wenn es kein Monopol ist oder ein abgesprochenes Oligopol. Und das führt dazu, dass die Konsumenten in der Regel in die nächsthöhere Klasse gehen, in das nächsthöhere Auto, in den nächsthöheren Flachbildschirmen, was ja auch ein Wohlstandsgewinn ist, obwohl man darüber streiten kann, ob diese Mini-Panzer, Sport, Utility-Vehicles Wohlstandsgewinn sind, aber das können wir für uns nachher aufbewahren. Deutschland, ein Sechstel der Neuzulassung letztes Jahr waren SUVs, also viel Holz. Aber natürlich, weil die Autos auch durch die Effizienzgewinne und Energie, geringer Energieeinsatz günstiger werden. Auch hier, also die Systematik des Rebound-Effektes, des Abprall-Effektes, macht natürlich, ich rede hier in Linz, sozusagen in einer hochindustrialisierten Region, natürlich brauchen wir Effizienzstrategien, natürlich brauchen wir Energieeinsparung in der Produktion, aber es reicht nicht, darauf zu setzen, so wichtig technologische Innovationen sind. Also die Gefahr, dass wir so eine Haltung haben, waschen wir den Pelz, ja, ja, wir müssen da schon schauen auf Ökologie und so, aber mach mich nicht nass. Also wir lassen alles schön beim Alten. Also diesen zweiten Punkt abschließend, der mir, Judith Vorbach hat mich auch eingeführt, als jemand, der viel zu Umwelt und Ressourcenthemen arbeitet, die ökologische Kritik am Wachstum bedeutet, ich mach's wieder ein bisschen allgemeiner, unsere Produktions- und Lebensweise, bei allen Unterschieden, geh ich nachher noch auf allen, ich rede, wir leben nicht alle gleich und es gibt enorme Verteilungsprobleme, aber insgesamt erzeugt die westliche, die nordwestliche Produktions- und Lebensweise enorme Probleme, wir wissen weitgehend davon, planetarische Grenzen, Effizienz und technologische Innovation sind wichtig, aber sie reichen nicht aus und deshalb brauchen wir, und das war ja auch das Ergebnis dieses sehr, sehr spannenden Prozesses vor zweieinhalb Jahren hier in Linz, einen Umbau der Produktions- und Lebensweise in eine ökologisch nachhaltige und da spießt sich's, da geht's dann auseinander, auch in der Enquete-Kommission, was ist eine konservative, was ist ein konservativer Ansatz, Meinhard Miegel werden einige kennen, der Vordenker der konservativen Wachstumskritik, ich gehe gleich noch darauf ein, und ein progressives Wachstumsverständnis, was Ihnen eher in dieser Ringvorlesung präsentiert wird. Jetzt gehe ich nochmal zurück, genau, also, erster Punkt, das gerissene Band von Wachstum und Wohlstand, der zweite Punkt, die säkular abnehmenden Wachstumsraten, der dritte Punkt, die ökologische Kritik, und jetzt möchte ich auf einen Punkt kommen, der mir in der Diskussion noch etwas unterschätzt erscheint. Wir leben ja eben nicht alle hier zusammen, alle in Österreich, sondern wir sind sozial strukturierte, ungleich strukturierte Gesellschaften, muss ich auch hier nicht besonders betonen, entlang von Klassenlinien, Geschlechterlinien, rassifizierten, ethnisierten Linien und auch im Nord-Süd-Verhältnis. Und deshalb möchte ich nochmal auf einen Punkt hinweisen, der, wie gesagt, in der Diskussion aus meiner Sicht unterschätzt ist, nämlich Wachstum, wirtschaftliches Wachstum und soziale Herrschaft. Anerkennend, das ist mir wieder ganz wichtig, dass natürlich das Abbringen, ich mache es jetzt mal ein bisschen hölzern, das Abbringen von Zugeständnissen der Unternehmensseite natürlich Ergebnis von Kämpfen, von historischen Kämpfen ist. Und gerade in Österreich ist es ja ganz wichtig, die starke Institutionalisierung von Kämpfen anzuerkennen und auch zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Das ist unbenommen, das ist mir ganz wichtig. Aber trotzdem legt sich über diesen, ich sag mal, institutionalisierten Klassenkompromiss und schon wenn es um Geschlechterkompromisse geht, wird es deutlich ungleicher, wenn es um ethnisierte Formen der Arbeitsteilung geht, also wer bekommt welche Jobs, wird es ungleicher und im Nord-Süd-Verhältnis oder denken wir mal an Österreich und Ungarn natürlich sowieso. Worauf es mir ankommt und warum ich auch denke, dass diese Wachstumsdebatte noch ein bisschen mehr hergibt, ist, dass wir in einem System sind, ein kapitalistisches Produktionsweisen, kapitalistisches System, in dem der zentrale Motor ist, Profite zu machen, Gewinne zu machen, über Tauschwerte, also über den am Markt erzeugten Wert, dann die Gewinne im Betrieb umzusetzen. Aus Geld mehr Geld machen, das ist Christoph Binswanger, das ist keine große marxistische Einsicht, sondern Binswanger hat ja diese These, das Geldsystem selber ist auf Expansion, eine These, die im Attackspektrum beispielsweise sehr prominent ist. Es gibt, wenn wir an diese Wachstumszwänge, an diese Driver denken, die systematische und systemische Gefahr der Überproduktion, das erleben wir ja gerade, kapitalistische Produktion führt historisch immer, das hat die Neoklassik nie gesehen gesehen oder sehen wollen, also das herrschende ökonomische Lenken, führt systematisch zu Überproduktion und Krisen. Und aus einer sozialstrukturellen Perspektive scheint mir wichtig, dass diese Fixierung oder diese Eingebundenheit in ein auf Wachstum getrimmtes Wirtschaftssystem die gesellschaftlichen Dominanzverhältnisse und Unterordnungsverhältnisse, sagen wir mal Klassenverhältnisse, aber eben auch Geschlechterverhältnisse, festschreibt, dass festgeschrieben wird, wer entscheidet in dieser Gesellschaft eigentlich über die ökonomische Entwicklung, das sind die, die über die Investitionen entscheiden und die Lohnabhängigen sind froh, wenn sie gute Erwerbsarbeit haben und da haben wir hier noch viel erreicht und auch viel zu verteidigen, aber es sind eben weiterhin auch Formen von betrieblicher Herrschaft, muss ich in dem Spektrum nicht besonders betonen, Menschen haben weniger Handlungsspielraum, ist auch in der Einleitung genannt worden, wer kann eigentlich wie handeln in dieser Gesellschaft, Wer wird wie repräsentiert mit allen Verbindungen zu Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Statusverlust, also das Argument hier ist, dass eine bestimmte Form von Ungleicher, von sozialer Ungleichheit, von sozialer Struktur entlang von Klassenlinien, Geschlechterlinien, anderen Linien, über dieses kapitalistische Wachstumssystem auch ein Stück weit festgeschrieben wird. Letzter Punkt dazu, ich bin ja auch Politikwissenschaftler oder vor allem Politikwissenschaftler, und das ist eine strukturelle Grenze von Demokratie. Kapitalistische Produktion mit diesem Wachstumszwang bedeutet erst einmal, dass systematisch nicht alle gesellschaftlichen Bereiche demokratisiert werden können, nämlich ganz zentral nicht das Eigentum. Und dieses Problem, wie wir reden viel von Demokratisierung, wir meinen in der Regel, und zu Recht und ganz wichtig, die politische Demokratie, aber wenn wir darüber nachdenken wollen, wie wir Wohlstand schaffen, wie wir zukünftig hier leben, in Österreich, in Europa, in der Welt, dann geht es ja eben gerade darum, was produziert wird. Und wer bestimmt heute unter welchen Bedingungen was produziert wird. Diesen Punkt würde ich ganz gern auch in diese Reihe und in die Diskussion einbringen, wie gesagt, sie scheint mir unterschätzt. So, um diesen zweiten Teil abzuschließen, wäre meine grundlegende Überlegung, jetzt sehr zugespitzt für die Diskussion, in aller Kenntnis, was sie einleitend gesagt haben, natürlich hängt am Wirtschaftswachstum noch Erwerbsarbeit und anderes und Verteilungsspielräume. Aber Wirtschaftswachstum tendiert dazu, vom Stabilisator der Erfahrung der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre zum Destabilisator zu werden, zur Gefahr zu werden. Das wissen wir völlig klar bei den Finanzmärkten und in den USA scheint sich gerade eine neue Bubble aufzubauen, aber wenn wir an Klimawandel denken, könnte eben auch die Form der industriellen Produktion dazu führen, dass diese Form der Produktion, der Konsum zum Destabilisator wird. Denken Sie dran, wenn in Sibirien wirklich die Permafrostböden auftauen, dort enorme Mengen von Methan freigesetzt werden und es zu Kipppunkten kommt, auch aus anderen Gründen zu Kipppunkten von ja vor allem lokalem Klima kommt. Es wird ja nicht das globale Klima sich verändern, sondern lokal wird es dramatisch wärmer oder kälter werden, mit allen Implikationen für die Landwirtschaft, die sich natürlich nicht in zehn Jahren, also die Reproduktionsrhythmen von Pflanzen, Tieren anpassen. Also die Überlegung, die ich ein bisschen provokativ und ein bisschen Hölzern heute mitgeben möchte, wenn wir über Wirtschaftswachstum sprechen, sprechen wir über viele starke Erfahrungen, wir sprechen aber auch über die Gefahr, dass Wirtschaftswachstum zum Destabilisieren im Moment wird. Bei Finanzmärkten nicken wir eh alle, aber eben wir müssen auch noch mal genauer schauen, in welchen anderen Bereichen ist das der Fall, Ressourcenfragen, Klimafragen und anderes. So, jetzt muss ich wieder einen Schluck Wasser und dann komme ich zum zweiten Hauptteil. Wieder Auftrag der Reihe, gar nicht erschöpfend und Ihnen einfach ein paar Ideen aus der Diskussion mitzubringen und ich verweise wieder auf verschiedene Diskussionen in der Enquete-Kommission. Wie wird nun mit den Kritiken umgegangen? Ich möchte Ihnen ganz kurz eine kontroverse Debatte eben zwischen damaliger Regierung, also Union und FDP in Deutschland und Opposition, Rot-Rot-Grün vorstellen, zum Stellenwert des Wachstums. Ich glaube, es ist ganz instruktiv. Dann gehe ich ganz kurz auf das Berichtswesen, die Indikatoren ein, auch nur um das zu nennen und dann Norbert Reuter wird das nächste Woche systematischer machen. Und dann möchte ich auf drei Punkte, ein bisschen abgesetzt, die Klammer für diese drei Punkte ist, ob wir nicht von einer Wachstumsdiskussion besser auf eine Wohlstandsdiskussion gehen. Dass wir nicht in die Falle gehen, Wachstum ja oder nein, sondern, das war ja auch Teil des Projektes hier in der Arbeiterkammer mit dieser schönen Publikation von Wieso, ob es eben darum geht, Fortschritt und Wohlstand zu progressiven Begriffen zu machen und stückweit sich aus dieser Verhackung Wachstum ja oder nein, zu lösen. Da geht es darum, das möchte ich nochmal klar machen mit dieser Metapher des anderen Kuchens, wie wird ein anderer Kuchen produziert, zu welchem Zweck wird produziert, gehandelt, konsumiert. Dann eine wichtige Erfahrung, nicht nur der Enquete- Kommission, sondern auch in anderen Diskussionen. Was ist denn mit den nicht marktförmigen, nicht geldvermittelten Aspekten gesellschaftlichen Wohlstands? Wir denken ja beim BIP immer nur an die Güter, Dienstleistungen, an die Formen der Erwerbsarbeit, die marktförmig sind. Und dann möchte ich Ihnen ganz kurz aus meiner Sicht noch eine wichtige Unterscheidung darlegen von progressiver Wachstumskritik, das wäre sozusagen jetzt eher die Reihe hier, wie wir sie mit Harald Wildfellner entwickelt haben, und einer eher konservativen Wachstumskritik mache ich ganz kurz, wo ich auf Meinhard Miegel eingehe, der jetzt gerade nicht mehr so prominent, er schreibt gerade ein neues Buch, und in einem halben Jahr wird er auch wieder rauf und runter diskutiert, aber als er sein Buch Exit vorgestellt hat, 2010 ging das ja durch die Medien und schreibt in der FAZ immer wieder und woanders. Schrecken Sie nicht vor der Folie, das ist auch ein bisschen immer Merkposten für mich. In einer Projektgruppe, die im Abschlussbericht stark vertreten ist, mit zwei Berichten, weil die sich da nicht getroffen haben, die damalige Regierungs- und Oppositionskonstellation. Im Kern argumentiert die Regierungsseite, ich will jetzt nicht sagen die Rechte, aber es ist so, weil da sind auch Konservative, die Kritik hatten, aber die neoliberale wachstumsaffirmative Position sagt, wir brauchen Wachstum, weil ohne Wachstum gibt es keine Entwicklung. Wachstum ist, Karl-Heinz Paquet, ein FDP-Vertreter, ein neoliberaler Vordenker in Deutschland hat gesagt, was habt ihr eigentlich mit eurer Wachstumskritik? Alle wollen wachsen. Wachstum ist eine Grundkonstante menschlicher Entwicklung, ob das die kleinen Kinder sind, die Pflänzchen, die wir morgens gießen oder eben das Wirtschaftswachstum. Und Wachstum ist gar nicht quantitativ, Wachstum ist immer qualitativ, weil sozusagen im Jahr zwei sind die Produkte oder im Jahr zehn sind die Produkte anders als im Jahr null. Also es gibt ohnehin immer eine qualitative Veränderung und damit steigt sie per se, weil das Auto besser wird, der Flachbildschirm und das Lebensmittel steigert per se Wohlstand und Lebensqualität. Ja, eine sehr affirmative Position und die Politik, da raten Sie dreimal aus so einer neoklassisch- neoliberalen Perspektive, hat dafür zu sorgen, dass die Marktkräfte befreit werden und höheres Wachstum uns allen gedeiht. In der Opposition gab es eine lange Diskussion und hat der Konsens, den ich war gar nicht so glücklich damit, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe ihn natürlich mitgetragen. Der Konsens war, dass Wachstum kein Ziel an sich ist, sondern ein Mittel, um dann wirtschaftliche, gesellschaftliche, ich wollte ökologische schreiben, Ziele zu erreichen. Aber Wachstum, das habe ich Ihnen schon dargelegt, ist mit zunehmenden Problemen verbunden und wir müssen, auch das ist wieder das Reuter-Argument, ohnehin mit abnehmenden Wachstumsraten messen. Hier könnte man noch dazunehmen, in unseren Ländern auch aus demografischen Gründen, nicht nur aus Gründen, weil der Stock, also das Heute ist so viel, dass es natürlich von 100 viel schwieriger ist zu wachsen als von 10. Das war das Argument, was ich vorher Ihnen dargelegt habe. Also ist die Aufgabe der Politik, konkrete Ziele in einem demokratischen Prozess zu definieren und dann zu gestalten und Wachstum ist eben da kein Ziel, sondern ein Mittel und die Priorität hat, haben Verteilungsfragen und nicht die Befreiung der Marktkräfte. Das wäre die, aus meiner Sicht, eine spannende Kontroverse. Zweiter Punkt, das mache ich ganz kurz und nenne es nur, weil Norbert Reuter das nächste Woche macht, das zentrale oder ein zentraler Auftrag der Enquete-Kommission war ja, ein Indikator zu finden für Wohlstand, der nicht nur das BIP, also nicht nur das Bruttoinlandsprodukt fokussiert. Und wer Lust hat, sich darauf einzulassen, sind glaube ich 60 Indikatoren vorgestellt im Abschlussbericht. Es ist wirklich ein State of the Art, ein guter Überblick über Indikatorendebatte, die Stärken und die Schwächen. Und es gibt jetzt für den Vorschlag des Bundestages für die Regierung zehn Leitindikatoren. Ich nenne die nur in der Bündelung. Es geht natürlich um materiellen Wohlstand und natürlich geht es da auch um das BIP, da geht es auch um die Einkommensverteilung, Staatsschulden, da kann man ein bisschen drüber streiten. Es geht um das Soziale und die Teilhabe und es gehört um die Ökologie. Das ist das Ergebnis und ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen, wie schwierig die Diskussionen sind, nämlich am Stichwort der Einkommensverteilung. Die Ökonomen wissen, auf was ich jetzt anspiele, wenn sie sagen, sie messen die Einkommensverteilung zwischen den obersten 20 Prozent und den untersten 80 Prozent der Bevölkerung, kommen sie auf den Wert, der ist ganz okay. Ich weiß nicht, was ist er in Österreich? Wäre wahrscheinlich 4 zu 1, 5 zu 1. Wenn sie sagen 10 zu 90, wird das schon deutlich mehr. Und wenn sie sagen 1 zu 99, dann wird das richtig heftig. Stieglitz hat nochmal dargelegt am Donnerstag im Europäischen Parlament, dass die zu über 90 Prozent der Einkommenszuwächse, nicht der Vermögens, der Einkommenszuwächse seit der Krise in den USA an die obersten 1 Prozent gegangen sind. Ja, also so geht das auseinander. Also wenn man eine Einkommensverteilung hätte, die das obere, die obere Gruppe enger fasst, dann sind die Werte anders. Ich will Ihnen das nur ganz kurz genannt haben. Wie gesagt, das wird noch ausführlich Thema werden. De facto hat sich durchgesetzt so eine BIP-Plus-Fraktion. Also das BIP bleibt so ein bisschen der leuchtende Stern. Wir kommen nicht drumherum, aber wir machen da ein bisschen was drumherum mit Nachhaltigkeit, mit Teilhabe. Trotzdem, die Enquete ist ja bisher noch nicht so wichtig aufgrund der anderen Regierungskonstellationen in Deutschland. Können wir nachher gerne nochmal diskutieren. Aber das wäre schon eine starke Message an die Politik, nicht nur auf das BIP zu achten und es soll einen sogenannten Jahreswohlstandsbericht geben. Also nicht nur die BIP-Fokussierung und Bundestag und Regierung sollten dazu Stellung nehmen. Also erster Punkt waren die Kontroversen. Zweiter Punkt, ganz kurz, also wie wird jetzt mit dieser, was wird gerade in der Wachstumsdebatte diskutiert, die Indikatoren. Und jetzt die drei Punkte, wo ich der Ansicht bin, oder das war auch Konsens zwischen den Oppositionsfraktionen und den, ich sag mal, progressiven Sachverständigen, dass die Klammer ist, nicht nur auf das Wirtschaftswachstum zur Fokussierung, sondern auf Wohlstandsfragen. Das ist, glaube ich, big debate, eine richtig große Debatte und deshalb auch unser Projekt, das wir gerade anfangen, das Forschungsprojekt sozial-ökologische Transformation und Gewerkschaften, soll genau das mal ausforschen. Was sind die Potenziale im gewerkschaftlichen Spektrum bei den Beschäftigten selber, um andere Wohlstandsverständnisse zu fördern? Also erster Punkt, den Kuchen qualitativ anders backen. Wir brauchen deutlich weniger, die Zahlen gehen bis minus 80, minus minus 90 Prozent bis 2050, deutlich weniger Ressourcen Energieeinsatz, deutlich weniger Abraum und Emissionen. Aber den Kuchen anders verteilen, heißt auch aus einer progressiven Position, wie wird der Kuchen produziert? Und zwar nicht nur an Ressourcen und Energie, sondern auch an Arbeitsverhältnissen. Wie werden die Autos produziert, mit welchen Technologien, mit welcher Arbeitsorganisation und anderen. Aber das Interessante wäre, die Kuchenfrage zu stellen. Vielleicht kann man auch irgendwann die Bäckereifrage stellen, aber ich bleibe mal beim Kuchen. Die Kuchenfrage zu stellen, gar nicht so sehr entlang eben von quantitativen Wachstumszahlen, sondern von qualitativen Zahlen. Wie werden eigentlich gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt? Um es zuzuspitzen, was hieße es denn im Jahr 2030, die Mobilität in Oberösterreich weitgehend nicht mehr mit dem Auto zu befriedigen, aber gute Mobilität zu haben? Das würde doch heißen, in einer bestimmten Phase neben dem Fahrradkultur und anderem, aber es würde wahrscheinlich vor allem Öffi heißen. Das würde heißen, enorme Investitionen und dann geht es deutlich runter. Und das hätte ja ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Wachstum. Es würde erst mal deutlich hochgehen und dann würde es runtergehen. Die Umstellung der Landwirtschaft. Also mein Vorschlag wäre, nicht sich an den Wachstumsfragen festzumachen, sie in ihrer Bedeutung anzuerkennen, sondern an dem konkreten, wie wird Wohlstand produziert? Wie produzieren wir Mobilität? Wie produzieren wir Nahrungsmittel? Die ganze Debatte Industrialisierung der Landwirtschaft, ökologischer oder nachhaltiger Landbau, Stadtentwicklung, die erzwungene Mobilität. Ein Großteil unserer Mobilität ist ja heute nicht freiwillig, sondern sie ist ein Stück weit erzwungen. Die Menschen entscheiden natürlich schon, auch wo sie wohnen, aber die Zersiedelung von Landschaft erzeugt ja auch Probleme. Es ist ja nicht nur toll zersiedelte Landschaft und vieles andere. Die Frage der Kommunikation. Warum hat es diese enormen Innovationsrhythmen bei den Mobiltelefonen und anderen? Also das wäre der Punkt. Da weiterzugehen, die Wachstumsdebatte ist viel, viel Anlass über die Frage der Produktion des Kuchens. Ich sage bewusst Kuchen und nicht irgendwas Fleischiges drüber nachzudenken. Weiter Punkt, da gehe ich nochmal auf die Enquete ein. Ich habe ja jetzt hier bewusst auch über marktvermittelte Aspekte gesprochen, aber man kann das sicher auch anders denken. Man kann ja auch die Produktion von Essen anders denken. Es muss ja nicht marktvermittelt sein, aber hier geht es glaube ich schon stark um marktvermittelt. Aber wir haben in der Enquete ein paar spannende Punkte gemacht. Norbert Reuter, der nächste Woche hier ist, nennt das die ungehobenen Schätze. Eine starke Metapher, das ist so gar nicht noch angekommen. Wir haben auch fraktionsübergreifend und Experten, Expertinnen übergreifend ein Punkt gemacht. Es geht um Effizienz, es geht um Konsistenz, also Schließung der Kreisläufe, Stichwort Recycling und anderes, oder auch schon in der Produktion selber Schließung der Kreisläufe, aber auch um Suffizienz. Und Suffizienz heißt nicht Verzicht. Das haben wir einem DGB- Vorstandsgewerkschafter in vielen Sitzungen beibringen müssen, der hört immer nur Verzicht am Anfang. Nein, Suffizienz heißt, ganz spezifisch zu fragen, was ist genug? Wie kann man auch etwas anderes machen und muss nicht nur immer in diese produktivistische und konsumistische Maschinerie. Also Suffizienz, die Debatte viel breiter aufzunehmen, neben der Effizienz- und Konsistenzdebatte. Damit würde man in vielen Bereichen zu einem anderen Wohlstandsverständnis kommen. Zweiter Bereich, ganz zentral natürlich für die Arbeiterkammer, das war ja auch Debatte in dem Projekt und ist natürlich Alltagsdebatte in der Arbeiterkammer, will ich Ihnen noch mal eine Kontroverse darstellen in einer Projektgruppe. Die neoliberale Position, neoklassische Position war, wir sind Exportweltmeister, immer eins oder zwei. Wir haben zu wenig qualifizierte Leute. Wir müssen ohnehin die Arbeitszeit ausweiten. Und wir wissen schon, die Leute haben, da ist Entgrenzung und Burnout-Gefahr und so weiter. Also wir müssen die Leute fit machen. Fit in der Ausweitung, fit in der Verdichtung von Arbeitsprozessen. Eine zweite Position, eine progressive Position, aber auch von vielen Konservativen natürlich getragen, also von Wertkonservativen, das waren viele christliche Vertreter in der Konkette, die nicht unbedingt neoliberal waren. Das Konzept der guten Arbeit, das ist ja ein Konzept der Gewerkschaften zu sagen, nein, wir müssen, die Erwerbsarbeit müssen wir gut gestalten, muss ich ja auch nicht besonders ausführen. Und das Dritte wäre zentral, auch für ein breites und weiteres Wohlstandsverständnis, das Ganze der Arbeit zu sehen. Das Ganze der Arbeit zu sehen bedeutet, Wohlstand wird ja nicht nur über die Güter und Dienstleistungen produziert, die über Erwerbsarbeit produziert werden, sondern ja auch ganz stark darüber, über Nicht-Erwerbsarbeit. Die Arbeitszeitstudien, neu in Deutschland, ich warte immer noch drauf, sollte schon längst da sein, aber die frühere Arbeitszeitstudie in Deutschland hat gezeigt, dass in einem Jahr, so Mitte der 2000er, 56 Milliarden Stunden pro Jahr Erwerbsarbeit geleistet wurde. Aber 96 Milliarden Stunden pro Jahr Nicht-Erwerbsarbeit. Sorgearbeit, Hausarbeit, Arbeit für die Gemeinschaft. Das sind ja wichtige Aspekte, die enorm wichtig für den Wohlstand sind, die aber aus der BIP-Perspektive überhaupt keine Rolle spielen. Das ist ein bisschen Pipifax oder machen die Frauen das bisschen Haushalt und so weiter. Nein, das da findet Wohlstand statt, gerade wenn es um die Pflege von Älteren geht. Und das ist kein Lob, dass die Kinder, in Klammern Töchter, ihre Eltern pflegen kostenlos. Nein, nein, es geht schon darum, um professionelle Pflege. Die soll auch gut bezahlt sein. Das ist nicht der Punkt, sondern dass wir auch zur Kenntnis nehmen, dass ganz viel geschieht und dass in diesem anderen Bereich, der nicht erwerbsförmig ist, dass der auch zur Kenntnis genommen wird. Das wäre für mich mit vielen anderen, Adalb Wieseker aus Bremen hat den Begriff stark gemacht, das Ganze der Arbeit und nicht die Fokussierung auf die Lohnung. Ich weiß, das ist eine große Debatte in den Gewerkschaften, aber aus meiner Sicht regt uns die Wachstumsdebatte an und die Wohlstandsdebatte auszunehmen. Und der letzte Punkt, es gibt viel mehr, aber es ist ja der Auftakt und ich bin ja komplex genug, das heißt ja einfach eine komplexe Debatte, den ich nochmal bei dem breiten Wohlstandsverständnis ansprechen möchte, den wir im Bereich Konsum herausgearbeitet haben. Da war die neoliberale Perspektive, naja, wenn die Konsumenten das Richtige kaufen, dann gehen wir flott Richtung Nachhaltigkeit. Die Konsumenten sollen es doch richten. Was muss man den Konsumenten geben? Bessere Informationen. War also ein Vorschlag eines Sachverständigen, wenn wir permanent mit dem Handy jedes Produkt sofort die Ökodaten abrufen können, dann werden wir alle Ökos. Ich fand es, also ich habe es ein bisschen karikiert, aber so in die Richtung ging das. Nein, wir sagen, Konsum ist auch politische Gestaltung, ist auch Produktion, ist auch eben Produktion im Sinne von industrieller Produktion, Dienstleistungsproduktion, aber eben auch in diesen anderen Bereichen. Also Konsum, und das hieße ja auch für die Verbraucherpolitik, nicht nur Verbraucherschutzpolitik, sondern Verbraucherpolitik in viel umfassenderen Sinne. Die Konsumenten, also die Verbraucher, darüber zu informieren, wie werden Produkte produziert, aber eben auch Politiken zu entwickeln, dass bestimmte Produkte, wie das Stichwort geplante Obszuleszenz, gar nicht produziert werden dürfen. Also Produkte, die dann eben just nach Abfall, nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. So, ich hoffe, oder ich bleibe in den 50 Minuten, wie ich angekündigt habe. Ich möchte Ihnen zum Schluss, in diesem zweiten Teil, das letzte ist dann eher ein Ausblick und eine Frage, nochmal ganz kurz ein Verständnis geben, und das fand ich für mich, ich bin ja eben auch Wissenschaftler und habe mir natürlich die Enquete-Kommission auch sehr stark aus dieser Perspektive angesehen, was wird da diskutiert, nochmal so eine Unterscheidung von progressiver und konservativer Wachstumskritik. Auch hier ganz knapp, und da interessieren mich dann, mich interessieren generell Ihre Perspektiven, aber ich glaube, da spielt nochmal viel Musik, wo wir auch viel entwickeln müssen. Progressive Debatte, ich habe viele Aspekte genannt, die Differenzia specifica, also der Unterschied zu einer konservativen Diskussion, das war meine Erfahrung in der Enquete, und zwar konservativ im Sinne von wertkonservativ und im Sinne von, obwohl es schwierig, weil es gibt auch christliche Positionen, die natürlich auch da Anteile haben, wir machen das mit den Menschen. Aber so eine migelsche Position und eine neoliberale Position, die sagt, wir müssen den Planeten retten, wir müssen die Gesellschaft voranbringen, wir müssen Wettbewerbsfähigkeit halten, aber die Menschen selber kommen da nicht vor. Die Menschen werden nicht mitgenommen in einem anderen Wohlstandsverständnis, in einer anderen, in einem anderen Umgang mit den ganzen Wachstumsdilemma, die wir hier diskutieren. Also aus meiner Sicht wäre ein zentraler Punkt, Wohlstand zu denken und auch praktisch zu entwickeln, nicht auf dem Rücken der Menschen. Also Stichwort, wenn wir an die Deautomobilisierung der Gesellschaft denken, also wie kommen wir weg von der Fokussierung auf Autos, dann hat es, müssen wir sich nichts vormachen, natürlich Implikationen für die Automobilindustrie. Das heißt mittelfristig Konversion der Automobilindustrie. Das heißt aber, kluge Prozesse, geplante Prozesse, nicht gegen die Menschen, die Automobilindustrie umzubauen. Und heißt nicht, runter mit der Automobilindustrie, würde sie eh nicht machen. Also man kann nicht einfach nur sagen, machen wir mal die Automobilindustrie zu, sondern gute Prozesse einzuleiten, wie wir mit einem vielleicht problematisch gesehenen industriellen Sektor umgehen, aber es mit den Menschen zu machen, ihnen Alternativen anzubieten und vieles andere. Und aus meiner Sicht sagen die Konservativen sehr stark und die Neoliberalen, Gürtel enger schnallen oder vor allem die Konservativen, Gürtel enger schnallen, wir konsumieren zu viel, wir ist immer, wir alle, dann darf man fragen, wer den Gürtel enger schnallt, das wissen die dann schon genug, sie nämlich nicht. Und wir leben über unsere Verhältnisse. Das sind die starken Metaphern, mit der eine konservative Wachstumskritik addiert, wie Meinhard Miedel. Ich möchte sie in Schutz nehmen, auch einige bei den Unionsleuten, beispielsweise Matthias Zimmer, der auch in der Enquete war auch Unionsabgeordneter von der CDU, der eine sehr elaborierte, christlich motivierte, arbeitnehmerorientierte Position hat. Also nicht alles über einen Kamm, nehmen Sie mich also in der Überspitzung wahr und nicht in der Feinheit des Arguments. Also das letzte Zwischenfazit, die Wachstumsdiskussion ist eine Chance, wenn wir sie früh koppeln an ein breiteres Verständnis von Wohlstand und uns nicht, Kollege Moser hat es auch nochmal einführungszeichen, nicht in die alte Falle hier das Soziale, das Ökologische. Das ist ja auch oft so politisch genommen. Da sind wir, glaube ich, heute weiter, haben wir viel mehr Potenzial. Wie wird produziert, wie wird gelebt, das als Wohlstandsdiskussion zu nehmen und nicht zu starren auf das Ja und Nein zu Wachstum. So, abschließend eine Frage. Judith Vorbach hatte mich ja auch vorgestellt als jemand, der sich stark mit dem globalen Süden beschäftigt. Und Sie hatten es in der Einleitung auch gesagt. Wie gehen wir, also nicht jetzt wir im Sinne von wir schreiben denen was vor, das wäre jetzt völlig misslos, aber es gibt ja sozusagen die Wachstums, das Wachstum brummt ja ganz wo anders. Ich finde, ich denke schon, ich bin überzeugt, wir müssen hier andere Wohlstandsmodelle entwickeln, aber erstmal müssen wir auch zur Kenntnis nehmen und zwar nicht als Entmächtigung, sondern als zur Kenntnisnahme, dass Milliarden von Menschen ein gutes Leben wollen und viele, viele hundert Millionen auch ein gutes Leben in den letzten 20, 30, 40 Jahren bekommen haben. Dafür hart arbeiten, dafür Lebensumstände aufgeben, über Migration, denken Sie an die Binnenmigration in China, auch nicht immer freiwillig und gewollt, akzeptieren teilweise schlechte Standards, wenn Sie sich mal die industriesoziologischen Studien ansehen in China. Es ist ja hochinteressant, dass die, die heute in die Weltmarktfabriken gehen, mit teilweise katastrophalen Bedingungen sich so als Speerspitze sehen. Wir schaffen jetzt den Wohlstand und unseren Kindern soll es dann besser gehen. Wir kennen die Diskussion oder das Argument von hier und es ist ein ganz wichtiges Argument. Aber schlechte Standort, Stichwort Textilfabrik in Bangladesch, wir haben alle die Bilder vor uns. Schwellen und Entwicklungsländer heißt ein gutes Leben, das was Kent und Myers die New Consumers genannt haben. Also dass die drei klassischen Bereiche eines westlichen, aber sehr ressourcenintensiven Konsums, nämlich Elektrogeräte, Fleischkonsum und Automobilität, das haben die als New Consumers, wer das konsumiert und das nimmt rasant zu, das findet ja auch vor allem im globalen Süden statt. Das haben wir hier weitgehend und da spielt Musik. Und gleichzeitig ist das attraktive Modell bisher, das was Wolfgang Sachs, Entwicklungsforscher, genannt hat, wie im Westen so auf Erden. Also unser Entwicklungsmodell und das sollten wir anerkennen, ich will das nicht moralisch runtermachen, das ist attraktiv für die Welt, das wird übernommen. Und wie gehen wir damit um das gute Leben in vielen Ländern, ich bin viel in Lateinamerika, heißt mehr Güter zu konsumieren. Aber das in dem Dilemma eingebettet, ökologische Gründe, die nur begrenzte Verallgemeinerbarkeit, natürlich gehen jetzt in den Ländern Proteste los, das wissen wir auch, weil es dramatische Polarisierung gibt. Also aus meiner Sicht ist auch deshalb, deshalb mache ich den Punkt zum Schluss, es besonders wichtig, hier alternative, ressourcengerechte, solidarische, demokratische, gerechte Produktions- und Lebsweisen zu entwickeln, weil wir sonst überhaupt nicht glaubwürdig sind. Und weil wir die Mittel haben, die Wissensmittel, die Erfahrung, es auch umzusetzen. Das halte ich für ganz wichtig. Also die Wachstums- und Wohlstandsdebatte wird hier auch geführt, stellvertretend für eine zukünftige Entwicklung in den Ländern des globalen Südens. Und das meine ich nicht moralisch, nicht um denen was wegzunehmen, sondern als globale Konstellation. Das interessiert mich als Nord-Süd-Forscher auch sehr stark. Und dann ist es ein Fehler, das mache ich nur so als kleine Seitenbemerkung, aber weil es immer wieder auch in Diskussionen kommt, in der Wachstumsdebatte, ja, ja, wir müssen hier ein bisschen umsteuern, aber der Süden muss wachsen dürfen. Und auch da stelle ich die Frage der Qualität. Heißt im Süden zu wachsen, Palmöl-Plantage in Indonesien, wo Menschen entrechtet werden, wo sie vertrieben werden, damit Großgrundbesitzer Palmöl herstellen für nachhaltige Adrat-Treibstoffe? Und das ist nur der geringe Teil, das meiste geht in industrialisierten Lebensmitteln als billiges Öl. Oder wenn, heißt Wachstum, wenn die Sojaproduktion mit Monsanto-Saatgut in Argentinien ausgeweitet wird, ja, die berühmte Pampa Humeda, die feuchte Pampa in Argentinien, da ist nichts mehr mit Ökorindern. Das ist Soja. Und zwar komplett gentechnisch veränderte Soja. Und das sind die hohen Wachstumsraten in Argentinien. Also ich will auf den Punkt, dass auch diese Dilemmata hier zur Kenntnis genommen werden müssen und anerkennt werden müssen. So, das gehe ich nicht mehr durch, weil ich Ihnen versprochen habe, dass ich im zeitlichen Rahmen bleibe. Mein Punkt, den habe ich bereits gesagt. Es geht darum, hier guten Wohlstand zu schaffen über eine gute Industriestruktur, über gute Dienstleistung, über gute Arbeit. Das möchte ich überhaupt nicht runtermachen. Ich halte das für wichtig. Es geht um gute Kompromisse, um innovative Kompromisse, um eine seriöse Politik. Aber mein Punkt heute und für die Reihe ist, es geht um mehr. Es geht darüber hinaus, nicht als Ersatz darüber hinaus, um eine Produktions- und Lebensweise, die attraktiv ist für die Menschen, die aber auch andere Bereiche in den Blick nimmt, die bestimmte Dilemmata anerkennt. Und ich schließe mit dem Gedanken von Thomas Sedlacek, der ja leider abgesagt hat, für die Reihe in zwei Wochen, aber mit Friederike Spieker sehr gut ersetzt. Sedlacek hat das Bild, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Wachstum ist wie Fahrradfahren. Man kann nicht stehen bleiben. Wenn man stehen bleibt, fällt man um. Deshalb muss es immer weitergehen. Und wie kommen wir aus dieser, ich bin Fahrradfahrer, ich bremse schon und bleibe stehen, aber wie kommen wir aus diesem Zwang zum Wachstum heraus. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke für den Vortrag. Mir schwirrt der Kopf. Wir haben eben im Zuge des Vortrags Notizen gemacht und im weiteren Verlauf des Vortrags bist du dann darauf eingegangen, was ich mir dann notiert habe. Ein bisschen war es übergeblieben. Ich glaube aber, da sind wir uns ohnehin einig, weil man kann zwar, wenn die Wirtschaft schnell wächst, heißt das nicht automatisch Wohlstand und gutes Leben für die Menschen. Aber unter den derzeitigen Bedingungen, den Umkehrschluss, glaube ich, kann man auch nicht ziehen, weil wenn die Wirtschaft unter den derzeitigen Bedingungen schnell einbricht, heißt es eigentlich für viele Menschen schon massive Wohlstandsverluste. Wir waren vor kurzem in Griechenland, hohe Arbeitslosigkeit, Armut bis zu existenziellen Bedrohungen, geschlossene Geschäfte etc. Also wenn man nicht dieses alles mitdenkt, was du gerade beschrieben hast und das ohne große Veränderungen, heißt eben der Umkehrschluss schon, dass wenn die Wirtschaft schrumpft, dass das für sehr viele Menschen Die environmentally schrumpft sind gerade ein paar Wohlstandsverluste. Wir sind die Kaffee-Handel-Handel. Das ist die EU-Handel-Handel-Handel-Handel-Handel-Handel.